Hallo liebe Omsi-Freunde, herzlich willkommen zurück auf dem Clubback in der Berlin 5.0. Ja, heute möchte ich mit euch die Linie 253 von der GE Bucherstraße nach Dechenstraße fahren. Gefahren wird der Solaris Ubino 18 von Altair. Ich wünsche euch viel Vergnügen. So, dann können wir das ausschalten und die Tür aufmachen. Schönen guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Gerte. Gerte. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Grü auf, gehen wirrzugarten characters. Jetzt geht's. Nächste Haltestelle.... ...Kärntener Ring. Nächste Haltestelle.... Kärntenarien. Die Kärntenarien. Die Kärntenarien. Die Kärntenarien. Die Kärntenarien. Du siehst Engel. Eine Tageskarte bitte. Nein, eine Tageskarte. Ist das schön? Das wird gerade kommen. So. Ich kann nicht verhandeln. Jetzt muss ich mal wieder aufpassen. Wegen der Raubstelle. Ich muss hier richtig einpädeln. Nächste Haltestelle. Brossheide Straße. Der fährt ja toll. Der wird auch nicht in den Stil. Entschuldigung, ich muss mal abbiegen. Wenn die einmal nicht meckern würden. Das wäre mal was. Wenn die einmal nicht meckern würden. Das wäre mal was. Nächste Haltestelle. Matthias Straße. Das wäre mal was. Moment. Oh. Geht weiter. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Zur Antonius Straße. Die 1.30 Uhr ist. Die 1.30 Uhr ist. Nächste Haltestelle. Die 1.30 Uhr ist. Ich würde gerne eine normale Fahrkarte. Eine normale Fahrkarte. Eine normale Fahrkarte. Sehr schön. Nächste Halterstelle, Holbeimstrasse. Nächste Halterstelle, Holbeimstrasse Nächste Halterstelle, Holbeimstrasse Weheimerstrasse Nächste Halterstelle Nächste Halterstelle, Holbeimstrasse Nächste Halterstelle Nächste Halterstelle Nächste Halterstelle Nächste Halterstelle Nächste Halterstelle, Holbeimstrasse Nächste Halterstelle, Holbeimstrasse Nächste Halterstelle 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 Nächste Halterstelle, Phönixstrasse. Die Phönixstraße, der Phönix auf der anderen Seite. Hallo. 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 Und weiter geht's. Nächste Halterstelle, Eichendorfstraße. Die Eichendorfstraße. Oh ja, da läuft noch kurz durch die Wand. Die Eichendorfstraße. Die Eichendorfstraße. Die Eichendorfstraße. Die Eichendorfstraße. Die Eichendorfstraße. Die Eichendorfstraße.